Ja, das sieht doch mal richtig schön aus, 6 Uhr, 7 Uhr, da kannst du schön mit rumdorpsen. Könnte eine schöne Runde werden. Schauen wir mal. Nicht, das schauen wir mal. Was haben wir denn, ja? Schauen wir mal, der wird relativ gut an hierher. Oh, der lässt auch gut an hierher. Belfast, ja, das wäre schöner, wenn die in eine andere Richtung dreht, gell? Lexi, wo wird die Kina P-Pomben, das macht er mal so böse, oder? Ja, mein Ding. Gruppe 3, warte auf Anweisungen. Gruppe 4, warte auf Anweisungen, Ende. Warte auf Anweisungen, Ende. Gruppe 5, warte auf Anweisungen, Ende. Wir stehen unter Beschuss. Ah ja. Oh, ne Fuso, geil. Mal gucken, ob wir die gleich angeschwitzt kriegen, ja. Icarus, einfach komische Namen gibt's hier. Warte auf Anweisungen, Ende. Gut, die verflutzt ich da lang, das ist schon mal gut. Dann kann ich die vielleicht schön gleich anfliegen, die Fuso. Ah, das ist eine Brieze. Gut, ich schick mal hier hin. Oh, ist das hier lang? Was hat der vor? Ah, ich hab's geahnt. Gruppe 3, wir stehen unter Beschuss. Gruppe 5, wir stehen unter Beschuss. Äh. Näher uns Ziel. Gruppe 4, näher uns Ziel. Alter. Was hat denn der schon da fressen müssen? Die Arme sah ein Anführer aus. Gruppe 2, Ziel zerstört. Gruppe 2, warte auf Anweisungen, Ende. Gruppe 3, zerstört. Was doch nicht? Och, 3000 hat die, hab ich überlassen? Hm, das ist ja jagerlich. Sag mal, ach, hat HE-Bomben, das geht ja noch. HE-Bomben gehen ja noch. Kreisen Gegner ein. Tag, 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 Tag. Ziel zerstört, Ziel zerstört, Ziel zerstört. Gruppe 3, bereit. Ha, 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 ha. Ohne Rückwärtsgang einlegen, ja? Na komm, nimm raus. Ist das da hinten für ein Chef? Ja gut. Kling mal da hin. Oh. Ah, ich lief denn das Assi. Also ich lief denn das muss nicht sein. Was ist das da hinten? Nicht alleine. Ah, so ne Shit da hier. Das ist aber Shit. Ah, das war gut. Ein Anflug, gleich mal so ne Hitze. Gruppe 4, behalte derzeitigen Kurs bei. Oh, und so was raus. Ach, die Charts Mattel da. Das macht der Kreuzer hinten. Dallas gegen Lyon. Oh Mann. Drottel. Gruppe 3, warte auf Anweisungen. Ende. Aha. Gruppe 2, warte auf Anweisungen. Ende. Oh Mann, die Gruppe Felder. Was haben wir denn hier für ein Team, aber ich stelle die Molotovs auch aus. Oh Mann. Die Tell ist auch aus. Warte auf Anweisungen. Gruppe 3, warte auf Anweisungen. Ende. Sind unter Beschuss. Jetzt schon hat er mich unter Beschuss, das ist aber schlecht. Ah ja, schon klar. Da schön raus ist er. Wir haben einen gegnerischen Kreuzer versenkt. Was sind das für ein Leckeser wieder? Was sind das für ein Leckeser wieder? Hör mich jetzt. Vor alles raus sind hier. Der muss direkt so. Ah, jetzt werden wir nicht damit. Ah Was he hat da? Da ist auch noch ein Zerstörer irgendwo hier vorne, ach, Hyämiä. Winkler-Earth. Alle Stationen, Feuer auf das Ziel konzentrieren. Mensch! Mensch! Hohohoho! Dreigeschneiden! Jetzt kommt es halt auch an. Und was? Wie wird er fahren? Scheiße! Ich bin offen! Ach, die York war das, okay. Ach, der brennt schon. 120.000 ist in Ordnung. Ich bin offen. 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 18 Flugzeuge ist auch gut. Nummer 2. Auch die Fuße immer noch. Ach, sag mal. Schönes Eis rausgesäbelt. Cool. Ich bin offen. Ich bin offen. Ich bin offen. Ich bin offen. 152.000 öchsen das gönne ich mir doch mal und zwei kills auf jeden fall ja die lexi hatte keine chance würde ich mal behaupten auf jeden fall ist mein match das habe ich schon mal aufgezeichnet das ist schon mal sehr gut oder 52 kann man schon mal gelten lassen hat schon mal warten habe ich das auch gut gemeint solange hat aber viele feine jetzt erklärt mir dass man erwarten geht es also wir haben ein gegnerisches schlachtschiff versenkt also dafür dass am anfang gar nicht so gut aussagen muss ich sagen geht das ja 30 flugzeuge ich bin entdeckt aus flugzeuge ich dachte da ist schon leer ach du heilige magela leer ist er doch nicht 6 gluckabwehrmannschaften in voller alarmbereitschaft da 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 das haben wir dass ein oder einfach bremsen es geht auch ich will jetzt nicht dafür dass ich hier angeblich stings aktiv habe ich merke davon immer nix hier was gemerkt ich nicht an der andere habe ich nix gemerkt jetzt abwerfen mein schatz jetzt oder nie ach es geht genau dazwischen ich krieg die krise hatte noch ein kurs drin aber das immer noch aktiv das gibt es doch gar nicht jetzt haben wir sehen ja 2000 ja und checken auch noch viele bombe aus kohle die er das gibt doch gar nicht das war eine sehr schöne ohne hat mir gut gefallen das kann man mal so stehen lassen ja es hätte zwar mehr sein könnte aber es sollte nicht sein aber ich will nicht meckern fuß für 58.000 ein anflug ich hab schon rausgekaschiert 25 kapitel fußzeuge elf bomber und sechs feiler ausgewählt das ist schon geil gut ja ja ja